Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von unser Sammlerteam. Heute wieder mit Star Wars und die letzten zwei Eier. Los geht's! Musik 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 Ich glaube ihr habt gesehen, was passiert ist, in einer Stange tatsächlich zweimal die gleiche Figur. Tja, da kann man wohl nichts machen. Bis zum nächsten Video hier auf unser Sammlerteam und besucht uns unbedingt auch im Forum. Euer Stefan